Hier ist Radio Taiwan International, am Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch zum Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei großer Hitze hat man oft keinen Hunger und möchte nur etwas Leichtes essen. Da bieten sich Nudeln mit Soße an, ein Gericht, das auch bei Kindern sehr beliebt ist. Bei diesem Gericht sind die Nudeln quasi der Körper, aber die Soße, das ist die Seele. Dabei sollten die Nudeln eine gewisse Stärke oder Breite haben, damit sie den Geschmack der Soße gut aufnehmen können. Die Soße sollte am besten einen sehr vielschichtigen Geschmack haben, der sowohl saure als auch süße und salzige Komponenten enthält. Als Begleitgemüse empfiehlt sich Gemüse, das relativ viel Wasser enthält, wie zum Beispiel Cornichons oder Tomaten. Heute will ich Ihnen vier verschiedene Nudeln mit Soße vorstellen. Zwei dieser Gerichte isst man am besten heiß. Die anderen beiden kann man als kalte Nudeln essen, ähnlich wie sie beim Summer Cooling Festival 1913 in Betau serviert wurden. Bei der Sesamsoße spielt Essig eine wichtige Rolle. Dunkler Essig, wie zum Beispiel bei Samico, hat einen feinen Duft, während Essig aus Kleebreis zwar ausreichend sauer ist, aber nicht so herausragend wirkt. Hier bietet sich auch eine Mischung aus hellem und dunklem Essig an, wobei der Prozentsatz vom hellen Essig etwas größer sein darf. Die Soße japanischen Stils basiert auf einer Sojasauce mit Bonito. Sie wird mit Olivenöl, Honig, Zitrone sowie Apfel vermischt. Sie wirkt kühlend und ist recht appetitanregend. Soweit die Soßen für die kalten Nudeln. Die dritte Soße nimmt scharfe Bohnenpaste als Grundlage. Da diese jedoch recht salzig ist, wird aus Gründen der Gesundheit das Verhältnis etwas angepasst. Hier kommen auch Zwiebeln und selbstgemachte Schalottenrösti zum Einsatz. Bei der letzten, einer marokkanischen Soße, werden Hühnerschlägeln mit Kichererbsen und marokkanischen Gewürzen wie Kreuzkümmel und Kurkuma geschmoren. In Marokko wird diese Soße gewöhnlich mit Couscous gegessen, aber sie passt auch sehr gut zu Nudeln, zum Beispiel zu Vollkornnudeln. Die Rezepte sind jeweils für zwei Personen gedacht. Beginnen wir mit den Nudeln mit Bohnenpastensauce. Als Zutaten benötigen wir eine Cornichon, ein bis zwei Stangen Füllingszwiebeln, 450 Gramm getrockneten Dofu, zwei Zwiebeln, sechs rote Schalotten, 300 Gramm Schweinehack, 100 Gramm Vollkornnudeln. Als Gewürze vier Esslöffel scharfe Bohnenpaste, zwei Esslöffel Sojasauce, einen Spritzer Reiswein, einen Esslöffel Zucker, einen halben Teelöffel Salz und 800 Milliliter Wasser. Die Cornichon in feine Streifen schneiden, die Füllingszwiebeln klein hacken, den getrockneten Dofu und die Zwiebeln in kleine Würfel schneiden, die Schalotten klein hacken. Im Wok etwas Öl erhitzen. Bei kleiner Hitze die roten Schalotten unter beständigem Rühren braten, bis sie goldgelb sind. Nun gibt man das Hackfleisch in den Wok und brät es auf mittlere bis starke Flamme, bis es gar ist und man keine Flüssigkeit mehr sieht. Dann schaltet man auf kleine Flamme zurück und gibt die Zwiebelwürfel hinein. Wenn diese weich gebraten sind, kommen die getrockneten Dofu-Würfel hinein. Auch die Schalotten werden nun unter die Fleischmasse gemischt. Ihnen folgen die scharfe Bohnenpaste und die restlichen Gewürze. Man lässt die Soße aufkochen und dann auf kleiner Flamme noch weitere 20 Minuten köcheln. Dann ist sie fertig. In einem anderen Topf werden die Nudeln gekocht. Man nimmt die Nudeln heraus, verteilt sie auf Nudelschüsseln, verteilt die Cornichon-Streifen und die klein gehackten Füllingszwiebeln auf den Nudeln und gibt dann die Soße darüber. Als nächstes machen wir Nudeln mit Sesampaste taiwanischen Stils. Dies ist also eines der Gerichte, das kalt gegessen werden kann. Auch hier benötigen wir eine Cornichon, eine kleine Karotte, ein Ei, 100 Gramm Vollkornnudeln und als Gewürze, zwei Esslöffel Sesampaste, vier Esslöffel kaltes Wasser, einen Teelöffel klein gehackten Knoblauch, eineinhalb Teelöffel Sojasauce, einen Esslöffel Zucker, einen halben Teelöffel schwarzen Essig und einen Teelöffel Klebreis-Essig. Die Sesampaste mit dem Wasser anrühren und dann mit den übrigen Gewürzen vermischen. Die Cornichon und die Karotte in feine Streifen schneiden. Das Ei verkleppern und ein dünnes Omelette backen. Dieses ebenfalls in feine Streifen schneiden. In einem Topf Wasser zum Kochen bringen. Die Nudeln darin kochen. Wenn sie gar sind, auf die Nudelschüsseln verteilen und die Soße darüber streuen. Wer die Nudeln kalt essen will, der kann sie zunächst mit kaltem Wasser abbrausen, bevor man sie in die Nudelschüsseln gibt. Kommen wir nun zu den Nudeln mit Soße japanischen Stils. Dazu benötigen wir eine Zwiebel, eine Cornichon, ein Stück von der Jamswurzel, eine Tomate, ein in Wasser gekochtes Ei, 100 Gramm Reisnudeln, zum Verzieren etwas weiße Sesamkörner und in feine Streifen geschnittene Algen. Für die Soße einen halben Apfel, drei Esslöffel Bonito-Soyasauce, einen Teelöffel Miren, einen Esslöffel Zitronensaft, einen Teelöffel kleingehackte Zwiebel, einen halben Teelöffel Honig, einen Viertel Teelöffel Salz, eine Prise Pfeffer und drei Esslöffel Olivenöl. Die Zwiebel in Streifen schneiden und in Eiswasser einlegen, die Algen in Wasser einweichen, dann kurz in kochendes Wasser geben. Die Cornichon in feine Streifen schneiden, die Jamswurzel in kleine längliche Stücke schneiden, die Tomate in Streifen schneiden, das Ei vierteln. Den Apfel zu Muß reiben, mit den anderen Soßenzutaten zu einer Soße japanischen Stils vermischen, einen Topf mit Wasser aufsetzen und darin die breiten Reisnudeln kochen, herausholen und auf die Nudelschüsseln verteilen, die Zutaten darauf verteilen und die Soße darüber schütten, mit den Sesamkörnern und den Algen verzieren. Zum Abschluss wollen wir nun noch etwas, wie vorher angekündigt, nicht chinesisches machen, nämlich Nudeln mit Soße marokkanischen Stils. Dazu benötigt man 65 Gramm Kichererbsen, 2 Zwiebeln, etwas Peperoni, 2 bis 13 Knoblauch, ein Büschel Koriander, 2 Hühnerschlägel ohne Knochen, 100 Gramm Reisnudeln, als Gewürze eine Prise Salz, einen halben Teelöffel schwarze Pfefferkörner, einen Teelöffel Kreuzkümmel, einen Teelöffel Petersilie, ein Lorbeerblatt, einen Esslöffel Kurkuma, einen Spritzer Weißwein und 800 Milliliter Wasser. Die Kichererbsen zwei Stunden einweichen lassen. Sie können natürlich auch schon fertig gekochte Kichererbsen aus der Dose nehmen. Weichkochen. Wer einen Datum-Reiskochtopf hat, der kann in den Innentopf gerade so viel Wasser geben, dass die Kichererbsen überdeckt sind. In den Außentopf dann zwei Becher Wasser und einschalten. Wenn der Schalter hochspringt, sind die Kichererbsen fertig. Die Zwiebeln in Würfel schneiden, die Peperoni quer in Streifen schneiden, die Knoblauchzehen und die Petersilie grob hacken. Die Hühnerschlägel mit Pfeffer und Salz einreiben und 10 Minuten marinieren. Eine flache Pfanne erhitzen. Kein Öl hineingeben, sondern die Hühnerschlägel mit der Haut nach unten hineinlegen. Beim Braten wird Fett auslaufen. Dann umwenden und garbraten. Herausnehmen und bereitstellen. Die Zwiebelwürfel auf kleiner Flamme weichbraten. Dann den Knoblauch und die Peperoni dazugeben und kurz braten. Dann nacheinander den Kreuzkümmel, das Kurkuma-Pulver, die Pfefferkörner und das Lorbeerblatt hineingeben. Dann kommen die Hühnerschlägel und die Kichererbsen dazu und das Ganze wird bei großer Hitze durchgemischt. Dann die Petersilie hineingeben, mit dem Weißwein ablöschen und mit dem Wasser aufgießen. Dann die Hühnerschlägel in dieser Soße weich kochen. In einem anderen Topf Wasser aufkochen und die Reisnudeln darin garkochen. Die Nudeln herausnehmen und auf zwei tiefe Teller verteilen. Die Hühnerschlägel darauf legen und die Soße darüber schütten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass Ihnen diese Gerichte auch bei großer Hitze munden werden. Auf Wiederhören, ein Mikrofon war unter Rundfleisch.